Beginnen wir mit einem, ähm, ach Digga, lost, beginnen wir erstmal mit einem Video, was glaube ich richtig, richtig wichtig ist, ähm, ja Bro, äh, beginnen wir, ähm, beginnen wir einfach mal mit dem Video von Maxi 20 Uhr Among Us Äh, uff, Digga Digga, ich küsse deine Augen, Dankeschön Was geht Maxi am Start heute mit einem GTA Funny Moment Video GTA Funny Moment, Alter GTA Funny Moments, was für eine Zeit Ich hab Kontakt zu ihm, ja, ja, aber wenn das jetzt irgendwie was ist, dann will ich da jetzt nicht reincraschen, so Ich kümmere mich nach dem Stream da drum Ich hab Maxi Fighter Vorschul mal getroffen, ja, ja Joe Crafter, Dankeschön Younger, what the fuck, Alter Mexikai ist krass, muss man sich vorstellen, über eine Million Aufrufe, Leute Und der hat sich immer noch nicht gezeigt, eine Million Abonnenten Das ist krass, oder? Muss man sich, äh, muss man sich reingrinden Okay, das sind alles so Best-of-Szenen hier Sehr lieb gemacht, Mann Ich glaube, jetzt gleich können wir mal gucken, wenn der Fortnite, äh, Grind bei ihm hitet, Alter Dann wird's nochmal ganz anders, Digga Stimmt, Alphastein hat sich noch nicht gezeigt und GLP und Gomme nicht Aber sonst gibt es eigentlich relativ wenige Relativ wenige, oder? Ich wusste gar nicht, dass Maxify sein, äh, sein, so viel auch schon vorher hochgeladen hat Vor Fortnite, das ist ganz interessant Bestes Format Bestes Format Ich hab mir nicht von ganz Anfang an gezeigt, aber relativ früh eigentlich Schon sehr süß gemacht, muss ich sagen Über-emotional 100.000 Abonnenten sind wild, Leute Das ist so der, das, das Ding, wo man so denkt Oh, Scheiße, Mann, das könnte was werden, wisst ihr? Ich glaube, jetzt gleich kommt sein Fortnite-Grind, denke ich, oder? Jetzt gleich muss ich es irgendwann hitten Ja, hier Und jetzt mal gucken, ob er den Abo-Count angepasst hat Weil jetzt muss er überall schnell gehen bei ihm Ja, Bro, guck mal, wie hier die Subs wachsen bei ihm Oh, süß, Alter, ich liebe seine Hunde so, ne? Mehr Fortnite-Content! Ich will Fortnite sehen! Das habe ich auch gesehen, glaube ich Dieser Mann ist gemeingefährlich Sollten Sie ihn irgendwo auf Ihrer Urlaubsinsel gesehen haben Bitte benachrichtigen Sie die örtliche Polizei Dieser Mann ist ein gesuchter Schwerverbrecher Und vor allen Dingen bekennender Terrorist Bro, eine Mio Maxi, Kuss an der Stelle erstmal Alles Gute, Mann Kuss, 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 Kuss Das ist nicht dein Ernst, Simon Was ist das? Okay, na, na, du bist auch Ready, ne? Oh, Digga, einfach deutsche PewDiePie mit den zwei Hunden Das ist komplett Ready Das ist auch eine lange Zone, ne? Oh, da, ich kriege die Geld Maxi, du musst was sagen Eine Million Abonnenten Oh, Digga, oh Wild, oh Ihr habt mir so unglaublich viele Nachrichten geschrieben Dass ich mich jetzt endlich zeigen soll Und Leute, heute ist der Tag An dem ich mich zeigen werde Alter, ich bin gespannt Ich bin richtig gespannt Weil ich MaxiFy vorher noch nie gesehen habe, Pepega Ich hoffe, ihr seid bereit Drei Zwei Eins Da ist er Ich wusste das von Anfang an Ich wusste von Anfang an Dass dieser rothaarige, bärtige Drecksack Seine Finger wieder im Spiel hat, Alter Ihr wisst es nicht, Leute Ich bin der Einzige Der sein Zehntel bei Unge nicht mehr abgeben muss Ich hab Meine Prozente bei Unge Sind weg Ich bin der Einzige Der keine Prozente mehr bei Unge zahlen muss Ansonsten kassiert Unge von 95% Aller YouTubern aus Deutschland Und Madeira Prozente Unge Ist Schutzgelderpresser Kriminell Und hat sein eigenes Mafia-Strukturnetzwerk Auf Madeira angesiedelt Um dann nicht mal Steuern drauf zu zahlen Habt ihr wirklich gedacht Habt ihr wirklich gedacht Dass der, der überhaupt in diesen Anzug reinpasst, Simon Stabil läuft bei dir Hast du abgenommen Maxi verexistiert Scheiß Unges Leute Ich war es die ganze Zeit Ich hab mich jahrelang nur verarscht Ups Oh oh Jetzt kommt er, Leute Wie hat Unge das angenommen? Ich bin so gespannt Ich hab Maxi Fein noch nie in meinem Leben Außer dreimal vorher gesehen Okay Auf der Gamescom Übrigens auch Drei Zwei Eins Alter Hey Leute Und willkommen zu meinem Eine Million Abonnenten Special So süß, oder? Und meinem Face Reveal Ich hab euch ja versprochen Dass ich mich zeigen werde Moment mal Hä? Das ist gar nicht Maxi Fein Bro, der hat euch schon wieder verarscht Das ist einfach ein anderer Lol Ich hab den echten Maxi Fein schon gesehen Der echte Maxi Fein Der sieht so aus Der echte Maxi Fein sieht so aus, Leute Guck mal Das ist Maxi Fein Wartet, ich zeig ihn euch Viele von euch wissen das vielleicht nicht Aber der echte Maxi Fein Der echte Maxi Fein sieht so aus Das ist der echte Maxi Fein Der Das ist Maxi Fein Hier Oh, kann man kaufen, Alter Das kauf ich mir für 139 Euro Das Bild von Alberto Äh, Maxi Fein Von Maxi Fein das Bild, mein ich Das hat ein bisschen länger gedauert Als geplant Aber Jetzt seht ihr mich Zum allerersten Mal, by the way Ich weiß, ihr habt mich davor auf Bildern Die Stimme passt gar nicht zum Gesicht Blät Was, die Stimme passt nicht zum Gesicht Wie soll man das denn sagen? Nur weil du in deinem Kopf Irgendwen anders Dir vorgestellt hast Wenn der jetzt so vor dir stehen würde Und sagen würde Ich bin Maxi Fein Ja, Digga Und so gesehen Aber ich glaube, das kann man nicht ganz so sehen Das kann man nicht sagen Heute ist der erste Tag Wo man mich komplett Unzensiert Auf YouTube sehen kann Man sieht deinen Schwanz nicht Gelogen Oder Allgemeinheit sehen kann Und, äh Ob das gut ist Ich weiß es nicht Der ist schon süß Ob euch das gefällt Ich weiß es nicht Doch, doch Ähm Ob ich jetzt mehr Facecam Videos machen werde Weiß ich auch noch nicht Doch, mach Es kommt ein bisschen auf euch Und auf mich drauf an Mach jetzt Ich bin gerade Super awkward Und ich glaube, ihr findet das auch super awkward Mich zum ersten Mal mit Meiner Stimme halt zu hören Weil sonst habt ihr nur meine Stimme immer gehört Und jetzt seht ihr zum ersten Mal Ein Bild zu der Stimme Und ich weiß nicht Ob ich jetzt eure Erwartungen Komplett in den Boden gestampft habe Oder ob ich euren Erwartungen entspreche Das weiß ich nicht Es kann sein, dass die Hälfte jetzt von euch super enttäuscht ist Und die andere Hälfte sich freut Dass ich halt so aussehe, wie ich aussehe Das ist halt, äh Ja, Geschmacks Ja, Zehner, Digga Würde ich ballern Ist eine süße Maus Ähm Können wir auf jeden Fall an der Stelle Jetzt noch beenden das Video Maxify Sehr, sehr hübscher Junge Ich glaube, ich habe es sogar kommentiert schon Ha, ha, hä Als ich gesehen habe Hast du einfach Make-up drauf gehabt Lol Sehr lustiges Kommentar Da kann man mal Daumen hoch lassen Cooles Kommentar Bro LG Revi Mein Social Media Manager Hier wieder richtig gut gemacht Stark, Digga Stark, stark, stark Ähm Ja, Bro Maxify Süßer Dude Ähm Zehner würde ich reinhasseln Und « mailannée » clearly » exatamente sighs » «